Musik Willkommen bei Otto Fünneke Wir haben heute einen super Abend, super Wetter, wir sind gut drauf, die Menschen haben Spaß Und diese Idee zu diesem Event ist vor einem Jahr anlässlich einer Grillparty entstanden Dort gab es noch kein Kino, alle haben von Kino geschwärmt und wir haben beschlossen Wir machen ein Open-Air-Kino, damals noch, um die Menschen dazu zu bewegen, dafür zu protestieren, dass es ein Kino gibt Heute gibt es eins, unser Mitstreiter, Herr Thomas Günther, ist auch dabei und hat uns hier tagkräftig unterstützt Und wir freuen uns auf einen super Abend, das ist Nachwuchswerbung im Sinne unserer Kampagne Ich finde das eine super Idee, wirklich toll Ich werde es genießen Das ist mal was anderes, da ist immer wieder was los Wir finden das super Bei polarnis Was! Boards mittelt Boards決 Boards Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020